Willkommen zu ner neuen Runde Zula. Äh, diesmal alleine. Ja, und mal schauen, wie es läuft. Da haben wir gleich am Small gekriegt. Natürlich. Boah. Äh, fängt schon mal nicht gut an. Jo. Ich sollte nicht mehr zusammen spielen. Da ist was gebrochen. Hey, wieso ignorierst du den da, der da steht? Direkt vor dir. Mann. Natürlich steht da hinten einer. Der bewegt sich auch keinen Millimeter. Der sieht man noch nicht bewegt. Jetzt hat er. Jetzt ist er tot. Der ist da wieder. Und der hat mich um die Ecke gekillt. Und den hab ich nicht gesehen wegen meiner Waffe. Schon wieder schießt um die Ecke gekommen oder was? Geht. 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 Verstöre. Ach, im Container schon wieder. Warum ziehe ich bei sowas nicht? Aha. Ey. Was? Was sitzt der da schon wieder rum? Ey. Wir sitzen da immer noch. Immer dran denken, zielen. Natürlich. Ja, kommt zurück. Hat er es nicht gemerkt. Auch schießt sich so schlecht. Die Bewerbsen. Die Bewerbsen. Die Bewerbsen. Deine Verlangen. Die Bewerbsen. Die Bewerbsen. hey es ist alle bei uns ach wenigstens retter schauen wir noch was wir gekriegt haben erst im eigenen team okay das ist gut ja das war mal wieder eine folge Sula haut darin bis dann ciao 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 Vielen Dank.